Im letzten Video habe ich euch Anpassbarkeit als Forderung erläutert und vor allen Dingen abgesetzt von der Adaptivität, also von Systemen, die sich irgendwie selbst anpassen. Wenn wir hier Anpassbarkeit sagen, dann meinen wir nicht Systeme, die sich selbst anpassen, sondern die anpassbar sind oder wenn man das Wort adaptieren benutzen will, die adaptierbar sind. Was für Arten von Anpassungen könnten das alles sein? Naja, das kann natürlich sehr, sehr viel sein. Zum Beispiel kann es um persönliche Präferenzen gehen, dass ich das sprachliche und optische Erscheinungsbild umschalte oder Detaillierungsgrade umschalte, Prioritäten und Suchreihenfolgen verstelle, Standardwerte einstelle. Bei Standardwerten hatten wir das schon mal besprochen. Und ihr seht auf der linken Seite, das ist jetzt hier die Taskleiste von Windows 7, aber ihr seht, dass sie auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen eingestellt werden kann, sodass man entweder nur so große Icons sieht oder aber auch alle Fenster einzeln und die Größen können verstellt werden und so weiter und so fort. All diese Dinge sind natürlich unter Anpassbarkeit gut möglich, also optisches Erscheinungsbild und so sagen wir mal grundsätzliches Verhalten der Software. Wichtig ist aber natürlich auch, und das ist vielleicht schon ein bisschen interessanter für uns, aufgabenbezogene Einstellungen, also Konfiguration von Anwendungsfunktionen. Da können auch die Standardwerte schon dazugehören. Also in einem FTP-Programm schalte ich zum Beispiel ein, dass immer verschlüsselte Verbindungen versucht werden oder solche Dinge, all solche Sachen, das sind natürlich Anpassungseinstellungen, was ich in so einem Einstellungsfenster machen kann. Was ich da mache, ist natürlich Aufwand. Das heißt, wenn ich so Standardwerte verstelle, wenn ich ja Konfigurationen einstelle, dass ich bestimmte Dinge im Zugriff habe und andere Dinge nicht so im Zugriff habe, das ist ja Aufwand. Also ich muss Aufwand, Administrationsaufwand als Nutzer selber spendieren. Aber das mache ich in der Annahme, dass ich diesen Aufwand später mir erspare. Dass ich also nicht ständig die langen Wege gehen muss, sondern ich mache mir irgendwie kürzere Wege, damit ich mir den Aufwand später ersparen kann. Und das ist besonders wichtig in diesem unteren Bereich hier, wo steht personalisierte schnelle Zugriffe, also die Anordnung von Menüs und Icons, Strukturaufbau von Menüs und Paletten. Welche Bereiche in den Fenstern sehe ich eigentlich? Habe ich eine Fußleiste? Habe ich keine? Habe ich an der Seite eine Schnellzugriffsleiste oder habe ich sie nicht? Was ist drin in der Schnellzugriffsleiste? All das sind diese personalisierten schnellen Zugriffe. Ich ändere eigentlich nicht, was es gibt, sondern diese Funktionalitäten und diese Orte, die standen ja vorher auch alle zur Verfügung, aber ich passe sie so an, dass ich einen schnellen Zugriff auf die Dinge habe, die ich auch schnell brauche. Und das ist der eigentlich interessanteste Zugriff, der interessanteste Aspekt der Anpassbarkeit für uns. Denn damit können wir es hinkriegen, dass wir sowas wie Eingabeminimalitäten erreichen, die abhängig sind von den Leuten. Wo ich also nicht sage, naja, grundsätzlich kann ich hier irgendwie Eingabeschritte einsparen, aber ja, der Felix, der kann hier Eingabeschritte einsparen und der Peter müsste andere Dinge da haben, damit er da Eingaben sparen kann an dieser Stelle. Das ist das Interessante für uns. Und in all diesen Fällen kann man immer sagen, es wird Aufwand nach vorne verlagert zum Einsparen später. Das ist übrigens das Gleiche beim Programmieren überhaupt. Also wenn ihr mal euch überlegt, warum baue ich denn überhaupt eine Software? Das ist doch Aufwand. Man könnte doch sagen, anstatt dass du eine Software baust, sei mal lieber fleißig und mach die Dinge selber, die du mit der Software machen möchtest. Aber die Idee ist immer, dass ich einmal Aufwand spendiere beim Erzeugen der Software, um ihn später einsparen zu können. Das ist immer dieser Trade-off, der da drin steckt in dem Ganzen. Anpassungen haben natürlich Probleme. Also gerade wenn es um optische Anpassungen geht, da kann man sich ja vorstellen, dass die Geschmäcker unterschiedlich sind. Aber überlegt mal, wie viel ich euch erzählt habe dazu, was ergonomisch sinnvoll ist an Kontrast, an Farbeinsatz und so. Und wenn jetzt der Geschmack von jemandem anders ist oder jemand hat irgendwie ein bisschen Spaß bei Dingen, dann stellt er sich vielleicht Dinge ein, die ergonomisch gar nicht gut sind und ihn vielleicht sogar krank machen könnten. oder man stellt sogar Dinge ein, die einen dazu bringen, dass man es überhaupt nicht mehr benutzen kann. Dazu möchte ich euch mal ein Beispiel zeigen. Nämlich dieses hier, ein ganz altes Beispiel mal wieder, aus Windows Version 1. Das ist ein schlechtes Beispiel. Ich habe ja immer gesagt, ich möchte eigentlich nur gute Beispiele aus alter Software zeigen. Hier ist es mal schlecht, aber es verdeutlicht es so gut. Und wir sehen gleich in einer Weiterentwicklung, dass da eine Verbesserung reingekommen ist. Hier bei dieser Windows Version, und das ist in allen Windows Versionen der Fall gewesen, bis so mal Windows XP, wenn man die in das alte Standarddesign zurückstellte, konnte man unglaublich viel an Farben und Schriftgrößen und sowas im User Interface verstellen. Man konnte fast alles einzeln verstellen. Hier bei Windows 1 waren es eigentlich noch nicht so viele Punkte, aber hinterher ging es darum, dass ich die Buttonfarben, die Buttontextfarben, die Buttonrahmenfarben, alles Mögliche konnte ich einzeln einstellen und konnte mich da drin richtig selbst verwirklichen. Und wir schauen uns das hier mal an und schauen mal, was man hier machen kann. Ich fühle das hier mal aus, Screen Colors, und ihr seht das in der atemberaubenden Geschwindigkeit. Und ich kann hier auf Window Text mal gehen und dann stelle ich den Window Text mal auf Weiß. Ich mache diesen Brightness-Bereich hier ganz nach oben und jetzt könnte ich auch andere Sachen noch verstellen, das funktioniert auch. Und ich habe jetzt hier unten rechts eine Reset-Funktion und ihr seht, die setzt das wieder auf den vorherigen Zustand. Aber nicht auf den Standardzustand, sondern auf den Zustand vor dem Aufrufen dieses Fensters. Das zeige ich euch jetzt mal. Also ich mache das jetzt so. Und was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir gleich, das sehen wir, ja, weißen Text auf weißem Grund. Herzlichen Glückwunsch. So ist es gar nicht mehr benutzbar. Glücklicherweise kann man die Menüs noch lesen, denn das ist eine andere Farbe. Aber wenn ich jetzt auf Reset drücke, seht ihr, passiert nichts, weil ich immer resete auf genau diesen Zustand gerade, den ich vorher hatte. Jetzt weiß ich zufällig, hier stand ja Window Color und jetzt setze ich das wieder runter. Jetzt kann man den Text wieder lesen. Und wenn ich Reset drücke, dann wird es wieder auf Weiß in Weiß gesetzt. Das heißt, wenn ich hier einmal Mist eingestellt habe, dann kann ich meine Software so verkonfigurieren, oder mein Betriebssystem in diesem Falle, dass es nicht mehr lesbar und nicht mehr benutzbar ist. Und das ist natürlich etwas, das sollte man eigentlich immer verhindern. Einige Sachen kann ich auch inhaltlich verhindern. Also zum Beispiel könnte ich eine Regel reinbauen, dass sich die Vordergrund- und die Hintergrundfarbe nicht entsprechen. Und auch einen Kontrast zwischen Vordergrund und Hintergrund, den kann man ja ausrechnen lassen. Das geht ja einigermaßen gut. Das geht nicht perfekt, aber immerhin kann ich so eine untere Schwelle angeben, sodass eigentlich solche Dinge gar nicht passieren sollten. Was aber sehr wichtig auch ist, ist, dass ich immer eine Möglichkeit habe, wenn ich eine Anpassbarkeit erlaube, wieder auf einen Zustand zurückzukommen, der vernünftig ist und benutzbar ist. Wir sehen das hier rechts in Windows-Version 3.1. Erstmal, wenn wir uns das selber angucken, also das Fenster außen rum, sehen wir, die Standardeinstellung ist besser geworden. Also bei Windows-Version 1, da hat man noch völlig in den Farbtopf gegriffen mit gelben Menüs und roten Scrollbars und blauen Fensterrahmen und grünem Desktop. Also jede Farbe, die es gibt, die musste auch mal vorkommen. Das hat man bei Windows 3.1 nicht mehr gemacht. Zumindest das Standarddesign war viel dezenter. Aber es gab jetzt Farbschemata, die man auswählen konnte. Und da waren welche bei, die waren schrecklich. Also wie zum Beispiel dieses Fluorescent hier. Ja, also die haben auf jeden Fall unsere Vorlesung über Signalfarben und über Farbkontrast und Farbwinkel nicht gehört. Das ist mal klar. Da kann man sich nichts vormachen. Das ist eigentlich ein schreckliches Farbdesign. Aber ich habe unter den Farbschemata auch immer das Standardschema wieder drin. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit, zu einem vernünftigen Farbschema wieder zurückzukehren an dieser Stelle. Wenn ich das andere bei Windows 1 verkonfiguriert hatte, dann hatte ich es verkonfiguriert. Dann gab es keine Chance mehr. Da kam ich nie wieder raus aus der Nummer. Das kann man verallgemeinern. Es sollte immer bei Anpassbarkeit die Möglichkeit geben, es wieder zurückzusetzen. Denn man kann sich verkonfigurieren und man muss dann wieder auf einen Standardwert zurückkommen. Das heißt, diese Möglichkeit darf auch nicht selbst wegkonfiguriert werden. Denn dann hätte man ja wieder dieses gleiche Problem, dass man irgendwo gefangen ist. Heute ist es oft so, um bei diesem Beispiel mal zu bleiben, dass Anpassbarkeit stark eingeschränkt ist im Vergleich zu früher. Also hier bei Windows 3.1 konnte ich alles Mögliche an Farben einstellen. Bei Windows 95 und 98 und ME und 2000 und XP konnte ich das auch. Und dann wurde es weniger. Und dann ging man dazu über, so Skins zu verwenden. Und von Microsoft gab es dann relativ wenige Standarddesigns, die angeboten werden. Oft am Betriebssystem nur eines. Und man konnte höchstens mal noch ein Hintergrundbild ändern oder eine Farbe verändern. So wie das hier ist bei Windows 10. Was kann ich hier bei Windows 10 machen? Ich kann eine Akzentfarbe setzen. Und das ist dann die Farbe für die Kacheln im Startmenü und für den Fensterrahmen und für die Fensterkopfzeile. Wenn man das einstellt, kann man einstellen, dass die Kopfzeile farbig ist. Habe ich gemacht, weil ich das besser finde, dass ich die Kopfzeile unterscheiden kann. Ja, und mehr kann. Das kann ich eigentlich gar nicht machen. Und auch die Farbauswahl ist zunächst einmal vorbeschränkt. Ich kann zwar auch sagen, ich nehme Knallrot, aber das ist mir erst mal nicht so direkt möglich, sondern ich habe so Windows-Farben, die mir hier angeboten werden, die einigermaßen im dezenten Bereich sind. Das heißt, hier habe ich auch noch Anpassbarkeit, aber die Anpassbarkeit ist eingeschränkt auf eine Farbe im Prinzip. Und alle anderen Farben, die davon abhängen, werden berechnet. Damit kriege ich es natürlich hin, dem Nutzer immer noch eine gewisse Selbstständigkeit und Anpassung an seinen Geschmack zu ermöglichen. Aber wenn ich denn quasi die ergonomischen Anforderungen in Programmcode habe gießen können und dadurch andere Farben und andere Gegebenheiten einstellen konnte, kriege ich es hin, dass die Ergonomie erhalten bleibt. Das ist vielleicht etwas, was nicht ganz umsonst sich so entwickelt hat. Denn mit der alten Variante konnte man wirklich die schrecklichsten Dinge einstellen. Und ich habe das gesehen, dass Leute das gemacht haben. Dass Leute also tatsächlich Magenta-Hintergrund und Zyran-Vordergrund und sowas. Also man kriegte wirklich Augenschmerzen davon, wenn man sich das anguckte. Und damit haben leider teilweise Leute gearbeitet über Stunden und Stunden. Und das kann nicht gut gewesen sein. Ja, der Vorteil hier ist natürlich auch, es ist relativ simpel. Auch das User-Interface ist einfach. Wenn ich Anpassbarkeit generell groß auslege und sage, naja, ihr könnt zum Beispiel in einem Menü, in so einer Icon-Leiste, könnt ihr alles anpassen. Ihr könnt in jedes Menü jeden Punkt reintun und ihr könnt auch in jede Icon-Leiste alles hinein reintun. So wie das hier ist bei LibreOffice. Schaut mal, da kann man die Menüs verändern, da kann man in Menü reinpacken, welche Punkte da drin sind und kann das auch von einem Menü ins andere tun. Aber ich brauche dafür natürlich eine relativ komplexe GUI. Ich brauche so ein User-Interface hier, was nicht ganz ohne ist. Das heißt, ich erzeuge zusätzliche grafische Nutzungsoberflächen, wenn ich Anpassbarkeit habe, was natürlich immer entsprechend anderen Forderungen entgegensteht. Also Übersichtlichkeit mal ganz allen voran. Aber auch Kontinuität zum Beispiel, weil ich ja Übergänge habe, wenn ich in dieses User-Interface hinein wechsle. Und es hat auch sonst viele Nachteile. Denn ich kann es kaputt konfigurieren, ich brauche also eine Rücksetzfunktion. Die ist dringend nötig und hier nicht gegeben. Also in LibreOffice habe ich das tatsächlich mal hingekriegt. Ich wollte ein Bild erzeugen für die Vorlesung, was ich am Ende nicht gebraucht habe. Aber ich wollte es mal machen, wo mal sämtliche Icon-Leisten zu sehen waren. Und das habe ich auch geschafft. Ich habe auch alle Icon-Leisten angekriegt. Und hinterher wollte ich das wieder aufräumen und wusste nicht mehr, welche brauche ich, welche brauche ich nicht, welche waren die Standard, welche waren nicht Standard. Die einzige Möglichkeit, das wieder zurückzusetzen, war, dass ich mein Profil des Programms gelöscht habe und quasi komplett von vorne angefangen habe. Was nicht so tragisch war, weil ich nicht viel Änderungen vorher vorgenommen hatte. Aber das ist natürlich nicht die Methode. Vor allem nicht am Programm vorbei, das machen zu müssen, indem ich mit einem Dateimanager irgendwelche Dateien lösche. Das kann es nicht sein. Es hätte eine Notwendigkeit gegeben, dass ich zurücksetzen kann an dieser Stelle. Problematisch ist das auch, wenn ich mit mehreren Nutzern zusammenarbeite, wenn mehrere Nutzer das Gleiche benutzen, denn dann habe ich das Problem, der eine stellte sich so ein und der andere stellte sich anders ein. Das heißt, man stellt es im Zweifelsfall immer hin und her, man muss sich dann einigen. Oder wenn die Leute getrennt voneinander sind, dann habe ich wieder das Problem, dass ich den Leuten das schlecht beibringen kann. Also wenn mich zum Beispiel einer anruft und sagt, hier, Felix, hilf mir doch mal, du kennst dich aus im LibreOffice, wo finde ich das und das? Und dann erzähle ich dem das und dann ist das bei dem gar nicht so, weil er sich sein LibreOffice ganz anders konfiguriert hat als ich. Oder ich habe meins komplett umkonfiguriert und dann ist es bei mir ganz anders als bei ihm. Das ist natürlich auch immer ein Problem. Das Gleiche gilt dann für Wartung und Administration. Deswegen verstehe ich jeden Systemadministrator, der sagt, diese Funktion, die möchte ich abschalten. Ich möchte, dass das bei allen gleich ist, damit ich wenigstens allen helfen kann und wenn ich an einen Rechner komme, dass ich dann weiß, wie ich die Dinge bedienen kann und der nicht das ganz anders konfiguriert hat, als ich das so gewohnt bin. Hat natürlich den Nachteil, dass häufig alles nach den Gewohnheiten des Systemadministrators eingestellt ist. Das ist auch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. In jedem Falle ist es sinnvoll, dass wir einen Modus haben und den haben wir ja hier. Wir sind in einem extra Bereich, wo wir anpassen können. Wenn man im normalen Nutzungsmodus der Software eine Software auch anpassen kann, dann passiert es sehr schnell, dass man das versehentlich macht. Dass man zum Beispiel Icons mal schnell aus der Leiste herauszieht oder sowas. Das sollte nicht passieren. Das sollte man durchaus in einem anderen Modus machen. Alleine schon, um sich auch die GUI dann sparen zu können an dieser Stelle. Wichtig ist natürlich bei Anpassbarkeit, woran ich das eigentlich kopple. Gerade hatten wir LibreOffice und bei LibreOffice gilt diese Einstellung für das ganze LibreOffice, die, die ich gerade da hatte, die für das Menü. Aber andere Einstellungen gelten zum Beispiel nicht für das Ganze, die ganze Software, sondern sind an ein anderes Objekt gekoppelt. Zum Beispiel die Dokumentsprache an das Dokument oder sogar an einzelne Absätze. Das heißt, Anpassbarkeit für solche Dinge bezieht sich häufig auf Nutzungsobjekte und nicht auf eine ganze Software. Oder beides sogar. Bei der Ordneransicht etwa kann ich im Betriebssystem vielleicht einstellen, dass Ordner per Standard in einer bestimmten Ansicht geöffnet werden, zum Beispiel als Liste, kann aber für einen einzelnen Ordner einstellen, dass es da anders sein soll. Oder ich kann einstellen, dass das, was ich für global definiert erachtet habe, also Darstellung als Liste, dominiert und dass das die Einzeleinstellungen überlagert. Solche Einstellungen, dann bin ich schon quasi auf einer Meta-Ebene, dann mache ich schon eine Einstellung über die Interpretation der Einstellungen. Auch das braucht natürlich wieder GUI und ist sehr kompliziert. Aber notwendig, denn häufig ist die Kopplung an ein Objekt, an ein Bearbeitungsobjekt, natürlich viel plausibler, als dass ich globale Einstellungen treffe. Das ist ähnlich wie in der Programmierung mit globalen Variablen. Mag es manchmal Gründe dafür geben, aber allgemein sinnvoll sind sie nicht. Sondern ich muss eine gewisse Kapselung von Einstellungen haben. Das gibt mir nämlich die Flexibilität, dass ich sage, in der einen Situation, in dem einen Ordner soll es so sein, in der anderen Situation, in dem anderen Ordner soll es anders sein. In dem einen Dokument soll es so sein, in dem anderen soll es anders sein. Das eine ist eins aus der Arbeit, das andere ist ein privates. Warum sollten die Einstellungen gleich sein? Apropos, warum sollten die Einstellungen gleich sein? Einstellungssätze, ganze Definitionen von Bildschirmkonfigurationen, von Auswahlen, von Menüoptionen, was immer ich alles eingestellt habe, sind natürlich selber ein interessantes Objekt. Das heißt, diese komplette Sammlung, dieser ganze Zustand, den ich da erzeugt habe, dieser Modus, den man erzeugt hat, wenn man das so nennen möchte, der ergibt natürlich Sinn, selbst als Objekt bezeichnet zu werden, also abgespeichert werden zu können und wieder aufgerufen werden zu können, um es mal technisch zu formulieren. Und das gibt es auch teilweise, allerdings zu selten. Also eine Software, die ich meinen eigenen Bedürfnissen entsprechend eingerichtet habe, zum Beispiel, kann ja im nächsten Moment falsch eingerichtet sein. Sagen wir mal, ich richte mir mein Open Office so ein, dass es mir genau so passt, dass ich damit wissenschaftliche Paper schreiben kann. Aber wenn ich das jetzt zu Hause verwende, sind diese Funktionalitäten gar nicht die, die ich brauche. Das heißt, ich konfiguriere es mir wieder um und konfiguriere es mir so um, dass ich damit gut Einladungen schreiben kann. Und wenn ich wieder auf die Arbeit gehe, ich nehme mir mal immer den gleichen Rechner, dann konfiguriere ich es wieder hin und her. Das ist aber ärgerlich. Es wäre doch schön, wenn ich die Konfigurationssätze abspeichern könnte. Und das gibt es teilweise in Software, aber relativ selten. Aber ich habe eine gefunden, Adobe Bridge zum Beispiel, auch mal wieder eine zur Bildbearbeitung und Verwaltung. Fühlt so ein bisschen in Schatten da sein in der ganzen Adobe Suite. Hat man aber, wenn jemand solche Adobe-Programme hat, immer mit dabei, von daher könnt ihr das mal ausprobieren. Was kann man da machen? Schaut euch das mal an. Ihr seht jetzt hier einen Arbeitsbereich, so nennt man das. Einen Arbeitsbereich nennen sie die Aufteilung der Elemente. Und ihr seht hier außenrum lauter so Panels und in der Mitte ist ein Inhaltsbereich, unten ist eine Auswahl von Bildern. Das ist eine gewisse Möglichkeit, das zu sehen. Nämlich eine, die offensichtlich darauf aus ist, dass man etwas ausdrucken möchte. Es gibt auch andere Ansichten da drin, zum Beispiel diese hier. Das ist auch eine, da haben wir jetzt links die Ordner, rechts die Ordnerübersicht und in der Mitte ist dann das ausgewählte Bild zu sehen. Das ist natürlich eine andere, auch sehr plausible Ansicht, die man in anderen Gelegenheiten braucht. Und das Schöne an diesem Bridge ist, dass man dazwischen umschalten kann. Schaut mal oben, direkt unter der Titelzeile des Fensters steht jetzt hier Grundlagen, Filmstreifen, Ausgabe, Metadaten. Das sind verschiedene Konfigurationen für diese Oberflächeneinrichtung. Und ich kann dazwischen umschalten und kann mir auch eigene erzeugen und kann die dann wiederum mit so einem Namen versehen. Das heißt, hier habe ich es tatsächlich, dass ein kompletter Konfigurationssatz, ein Anpassungssatz, ein Objekt wird und ich kann dieses Objekt abspeichern. Ich habe damit die Möglichkeit, zu vorherigen Konfigurationen wieder zurückzukehren und neue Konfigurationen zu erzeugen. Das ist wirklich in dieser Form vorbildlich und eigentlich, glaube ich, in zu wenig Software vorgesehen. Ich kann alles Mögliche umkonfigurieren, aber ich kann häufig die Konfigurationssätze nicht speichern. Bei den Farben in Windows, da ging das. Da konnte ich das als Farbschema abspeichern, aber in vielen anderen Bereichen geht es eben nicht, dass ich zum Beispiel meinen Browser in einer So-und-So-Konfiguration und einer So-und-So-Konfiguration speichern könnte. Was ich da manchmal machen kann, ist, ich kann zwei verschiedene Profile einrichten und die könnte ich dann sogar gleichzeitig verwenden. Das geht so ein bisschen in diese Richtung, ist aber auch sehr kompliziert, möchte ich sagen. Ein wirklich interessantes Beispiel für dieses Potenzial der Abkürzungen ist die Anpassung von Icon-Leisten. Hier sehen wir LibreOffice und ihr seht eine sehr komplexe Icon-Leiste da oben, aber das ist natürlich bei weitem nicht die volle Bandbreite an Funktionalitäten, da könnte also noch viel mehr drin sein. Das heißt, ich könnte Elemente in diese Leisten hinzufügen, ich kann aber auch Teilleisten hinzufügen, ihr seht ja hier zwei Leisten, also zwei Reihen an Icons und die kann man verschieben, indem man links diese Punkte anfasst. Das heißt, ich kann die zum Beispiel in der Reihenfolge ändern, ich kann die aber auch an andere Bildschirmränder tun, all diese Anpassungen dafür sind möglich. Und was ich dafür aber natürlich brauche, ist eine recht komplexe grafische Nutzungsschnittstelle. Ich habe das Problem, dass ich schnell mal versehentliche Anpassungen machen kann, das heißt, ich brauche eigentlich eine Reset-Möglichkeit, aber ich habe keine Reset-Möglichkeit an dieser Stelle. und dagegen anzukommen ist ein bisschen schwierig, also Reset-Möglichkeit vorzusehen ist noch relativ einfach, versehentliche Anpassungen zu vermeiden geht auch, indem man einen anderen Modus wählt, dass man eine Anpassung nicht immer mal ebenso machen kann, aber gegen die komplexe GUI habe ich irgendwie, ist kein gutes Kraut gewachsen. Deswegen ist man manchmal davon, dazu übergegangen, diesen Grad der Anpassbarkeit nicht mehr zu haben. zum Beispiel bei Microsoft. So wie es hier ist, sah es früher bei Microsoft auch aus. Also ein älteres Microsoft Office sah fast genauso aus und hatte auch diese vielen Leisten und die konnte man sich auch alle anpassen, bis zum geht nicht mehr konnte man die anpassen. Und was ist bei Microsoft passiert? Sie haben irgendwann festgestellt, der Funktionsumfang wird immer größer und wir wissen nicht ein noch aus, wo wir das alles unterbringen sollen. Das war mal das Erste. Dann haben sie Untersuchungen gemacht und es gibt ja immer diese Untersuchungen, wenn ihr ein Office installiert zum Beispiel, dann wird man häufig mal gefragt, wollen Sie am Programm zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit teilnehmen oder so ähnlich wird das immer formuliert. Und da sagen viele Leute nein, weil dann denken sie Microsoft, die sammeln alle möglichen Daten. Ja, das tun sie auch und diese Daten haben sie tatsächlich zur Verbesserung der Nutzungsschnittstelle genutzt, nämlich sie haben sich Daten gesammelt, wo sie erhoben haben, wie oft wird denn so eine Anpassung eigentlich gemacht und haben sie festgestellt, selten. Die wenigsten Leute passen sich ihre Menüleisten an und ihre Icon-Leisten, diese Funktionsleisten, die werden in der Regel nicht eingepasst. Dann ist man nochmal hingegangen, hat zusätzlich ein paar Interviews mit Nutzern gemacht und ist darauf gekommen, dass die Leute gesagt haben, ja, wir machen das sehr selten und wenn wir das machen, dann machen wir das oft versehentlich und wissen nicht, wie wir wieder zurückkommen können auf einen sinnvollen Zustand. Und da hat man dann bei Microsoft gedacht, aha, dann ist also offensichtlich die Anpassbarkeit hier gar nicht das Richtige, was wir haben wollen und sind dazu übergegangen und haben diese Ribbons sich ausgedacht und diese erste Version dieser Ribbons, dieser großen Bänder da oben, die war so, dass man da eigentlich gar nichts mehr anpassen kann, außer in dieser obersten Zeile, also neben Automate speichern aus, sind ja noch so ein paar Elemente, das ist so eine Art Schnellzugriffsleiste, da kann man sich selber welche rein tun und mittlerweile kann man auch an den Ribbons selber viel konfigurieren, also wieder mehr als früher zumindest, aber in der ersten Fassung und in der ersten Idee hieß es, nee, wir wollen das nicht, wir wollen, dass die zu einer bestimmten Funktionalität gehörenden Funktionen hier so verfügbar sind, in diesen Tabs zugreifbar sind und dann machen wir das Ganze noch kontextabhängig, das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Bild habe und das Bild klicke ich an, dann erscheint oben ein neuer Ribbon und damit man den auch sieht, haben sie den dann noch in eine andere Farbe dargestellt, das ist auch heute noch so, dass der in einer anderen Farbe erscheint und da haben sie gesagt, nein, Anpassbarkeit war offensichtlich nicht die Lösung, die Leute machen es nicht oder machen es versehentlich, also gehen wir hier tatsächlich hin und strukturieren stärker vor und denken stärker für die Leute mit und machen es da zusätzlich noch kontextabhängig in Bezug auf welche Objekte will ich eigentlich bearbeiten und das war dann die Lösung von Microsoft an dieser Stelle für die Anpassung. Andere sind ein bisschen anders vorgegangen, Apple zum Beispiel, da möchte ich euch mal das zeigen, hier wieder Keynote, kennt ihr ja mittlerweile schon diese Software hier und da oben gibt es eine Iconleiste, die ist sowieso nicht so überladen, wie sie in LibreOffice ist und wie sie früher auch in Microsoft Office war, weil man stärker auch mit so Seitenleisten schon gearbeitet hat. Da ist man bei Office dann zwar auch hingegangen, aber hier war das schon stärker. Ja, was möchte ich euch hier zeigen zur Anpassung? Ein schönes Beispiel für diese Abkürzungen, die man machen kann, möchte ich euch zeigen und hier zwar sogar zu einer Fehlervermeidung. Wenn ich hier Folien vorgeführt habe, in der Vorlesung, meistens dann ja im Hörsaal, dann wollte ich eine Vorlesungsaufzeichnung machen. Das haben wir immer schon gemacht, dass wir so ein Mikro an hatten und eine Aufzeichnung gemacht haben. Und das kann Keynote von selbst, also Keynote hat die Funktionalität, den Ton aufzuzeichnen, während man die Aufzeichnung hält. Dafür muss man im Menü hier unter Vorführen Präsentation aufzeichnen wählen. Das Problem ist, wenn man daran nicht denkt und klickt stattdessen in der Icon-Leiste auf Vorführen, dann sieht man etwas, das sieht genauso aus wie dieser Modus zum Aufzeichnen mit ganz kleinen Unterschieden. Das heißt, wir haben hier ein Modusproblem. Ich sehe nicht so richtig, dass ich mich nicht im Aufzeichnungsmodus befinde, sondern in einem ganz normalen Wiedergabemodus. Ja, das ist ärgerlich. Das ist mir damals dann passiert, dass ich die Vorführung, dass ich die Sache nur vorgeführt habe und hinterher hatte ich keine Aufzeichnung. Dann stand ich da und die Studierenden wollten sich darauf verlassen, dass ich eine Aufzeichnung habe. Also musste ich mir hinterher nochmal mich da hinsetzen und das nochmal ansprechen. Das wollte ich natürlich verhindern. Also habe ich die Icon-Leiste angepasst und dafür bin ich in ein anderes Menü gegangen, habe da gesagt Symbolleiste anpassen und habe dann dieses Aufzeichnen genommen. Das seht ihr in der zweiten Zeile. Da steht Aufzeichnen, habe das da oben reingetan und dann ist das da drin. Das Schöne ist hier, es sind erstmal relativ wenige Elemente nur, die es gibt. Und schaut mal da unten, da steht oder bewege den Standardsatz in die Symbolleiste. Das heißt, wenn ich diese Symbolleiste, diese untere, da oben hin bewege, dann mache ich das Reset und damit komme ich wieder zurück zu einer vernünftigen Standardkonfiguration an dieser Stelle. Man ist also in den Abwägungen relativ gut vorgegangen hier, finde ich. Man hat die Anpassungsmöglichkeiten ziemlich beschränkt. Das gilt auch für die Ribbons vorher übrigens. Die häufig genutzten Funktionen lassen sich hinzufügen. Das gilt auch für die Ribbons. Es ist rücksetzbar durch die Standardleiste. Auch das ist bei Ribbons möglich. Ich kann ein Reset machen und die Anpassung ist in einen Extramodus. Ich kann also nicht versehentlich hier mal die Icons rausziehen und rumschieben, sondern ich muss extra in einen Bearbeitungsmodus gehen. Auch das hat man bei den Ribbons gemacht. Das heißt, Microsoft und Apple haben hier zwar verschiedene Lösungen gewählt, aber sind beide hingekommen, dass sie recht komfortable Lösungen haben. So viel soll es für den Moment gewesen sein für die Anpassbarkeit, aber es kommt noch ein Video zur Anpassbarkeit, denn ich habe noch ein wichtiges Thema, was normalerweise nicht unter Anpassbarkeit besprochen wird, nämlich die Fensteraufteilung, die Bildschirmaufteilung. Aber es erfüllt genau die Qualitäten der Anpassbarkeit und ist deswegen interessant an dieser Stelle auch zu besprechen. Bis zum nächsten Video.